Stimmt es, dass du Terror-Morphs zur Strecke bringst? Oh, beherrschst du denn irgendwas nicht? Du könntest wohl auch einen ganzen Planeten mit dem Lasso einfangen! Ähm, ich denke schon, dass ich das könnte. Ähm, aber werde ich nicht, weil, ähm, Planeten sind mir dann doch ein bisschen zu schwer. Ähm, gut. Und wir kümmern uns mal, 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 ähm, um diese Mission. Äh, ja, das ist korrekt. Aber es gibt nur diesen, wo wir... ...einen Schuldner finden, der der Gale Bank ein wenig Geld schuldet. Hat er sich, äh, gut verkrochen, würde ich sagen. Ähm. Ja, wenn, ziehe ich mich hinterher. Mal gucken, also ich würde, ähm, das jetzt mal eben machen. Vielleicht questen wir mal so ein bisschen, mal so ein paar Nebenquests. Und... Dann schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Ich würde halt auch gerne eigentlich, ähm, noch so ein paar, paar Planeten weiter erkunden. Ich hab, ähm, auf Stream und, ähm, auf, ähm, YouTube wollte ich mal, beziehungsweise hatte ich mal das Ganze auf der Xbox ausprobiert. Und, ähm, lief auch recht gut, muss ich sagen. Das Einzige, was mich dann tatsächlich so ein bisschen, ähm, fast gestört hat, ähm, ist die Steuerung. Also nicht die Steuerung, ähm, an für sich, sondern eher das Kämpfen auf, ähm, auf, auf dem Gamepad. Das, also ich sag mal so, ähm, Shooter spielen, ähm, bin ich auf Gamepad prinzipiell durch Hunt Showdown gewöhnt. Ähm, dadurch, dass ich das ja auch auf der Konsole spiele. Aber, ähm, weiß ich nicht, das war dann doch irgendwie etwas anderes gefühlt. Können wir mal reingucken. Das wird doch bestimmt, weiß ich nicht, Pirat oder was, ne, was? Ähm, war das L oder war das J? Äh, L glaube ich, ne? Ja. Und wir haben sofort verlicht. Die Geldbank hat mich beauftragt, Schulden für sie einzutragen. Landry Hollifeld wäre es lieb, wenn ich das ohne Gewalt bekomme. Das machen wir gerade. Treiben die Schulden von kriminellen CEO ein. Ähm, ist er dann, äh, okay, Pirat. Such weiter. Okay, wenn der Boss sagt, es ist da, dann ist es da. Äh, guten Tag. Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Das trifft sich ganz gut, dass wir das eventuell ohne Blutvergissen schaffen. Es klappt aber eventuell nur, weil wir Mitglied der Crimson Fleet sind. So gesehen, glaube ich, hoffe ich. Aber ansonsten, ähm... So lange die Credits rollen, ist das Leben gut. Ansonsten wäre das, glaube ich, nicht so möglich. Denke ich mal zumindest. Mh, jetzt würde ich mal gucken. 82 von 160. Oh ja, das geht. Das ist, äh... Vertretbar. Schön, dass du in der Fleet bist. Sonst hätte ich dich längst umgelegt. Ja, das, ähm... Glaube ich hier sogar sofort. Es muss auch so gesehen, äh, was vor... Äh, für sich haben, in der Crimson Fleet zu sein. Glücklicherweise. Okay. Ähm, kommen wir hier noch hin? Was haben wir denn hier? Gucken wir einfach mal. Äh, ich durfte, glaube ich, noch ein paar... ...gliedriche haben, meine ich. Ich würde fast den hier nehmen. Ähm, der hier. Ja, das habe ich. Im Modifil-Lichtbogenschweißer. Glaube ich, brauchen wir erstmal nicht. Isotopisches Kühlmittel. Klingt auch gut. Bloß hier der Lichtbogenschweißer. Schwere Waffe. Ähm... Wir könnten ihn prinzipiell mitnehmen. Die Leiterplatte ist jetzt nicht so... Ja, zur Not können wir es halt immer noch verkaufen, ne? Prinzipiell. Ähm, ist das die richtige Tür? Ja. Bloß eben nochmal gucken, ob wir hier irgendwie was zum Einsammeln haben. Tablet, Familienbrett spielen, nö. Ähm... Glauben die UC echt, die Sys-Dev macht uns Angst? Wahrscheinlich eher nicht so. Das Ding sieht interessant aus. So, warte mal. Hast du nicht genug? Mach, was du willst. Ich komme mit der CIO um. CEO. So, ich CIO. Kapierst du es nicht? Von mir bekommst du nichts. Du wirst mich schon umbringen müssen, du Ars. Äh, ich komme von der Gelbank, um deine Schulden einzutreiben. Was? Gelbank? Die Schulden haben mich gerettet? Der beste Kredit, den ich je genommen habe. Ähm... Meine Bezahlung deckt keinesfalls das, was ich tun musste, um zu dir zu gelangen. Äh, bezahl deine Schulden und wir sind quit. Gerne. Sehr gerne. Könnte dich knutschen. Ich werde hier verschwinden, bevor irgendeine Verstärkung eintrifft. Vielen Dank. Äh, okay. Dann erstatten wir Landry mal Bericht. Schön, dass du in der Fleet bist. Ja. Sonst hätte ich dich längst umgelegt. Das glaube ich dir aufs Wort. Ähm, aber, ähm, ich glaube eher, dass ich dich dann umgebracht hätte und nicht andersrum. Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Äh, doch, ich? Ich kann sie stoppen. Mua, 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 mua. Du weißt es nur noch nicht. Ich fass es nicht, dass sie mir alle reingehauen hat. Nur für eine Wette. So, okay. Immer auf der Suche nach den nächsten Opfern. Dann werden wir mal wieder hoch. Was wir allerdings noch machen können ist, äh, wenn wir schon mal hier sind, ähm, und ich den Weg nach draußen tatsächlich wiederfinden sollte, ähm, dass wir den Planeten noch so... Wobei, das ist, glaube ich, eher ein Mond, ähm, erkunden. Glauben die UC echt die Systeme von der Planeten? Aber, wo geht's eigentlich hier hin? Linn? Weil, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Butter. Also, ich hab auch immer so Butter rumliegen. Ähm. Weiß ich nicht. Ich... Ich... Sieht sehr gefährlich aus. Kühlschrank? Hat schon jemand was genommen? Ich komm immer noch nicht drauf klar, dass es Whisky in Trinkpäckchen gibt. Das Menü der Woche. Du packst das. Ich verlasse den Planeten nächste Woche. Also musst du einspringen. Und dich um die Küche kümmern, solange ich unterwegs bin. Ich weiß, dass du es nicht gewohnt bist, Verantwortung zu übernehmen. Aber du kriegst das hin. Hier ist eine... Beispielkarte, was du in der Woche anbieten kannst. Montag, vegetarisches Pro. Dienstag, natürlich Tacos. Mittwoch, Kup, Salat. Donnerstag, Shepherds Pie ohne Fleisch. Ähm. Freitag, Miso-Rahmen. Vergiss nicht, vegane Optionen für alle nicht-veganen Gerichte vorzubereiten. Und die Zutaten rechtzeitig zu rehydrieren. Du schaffst das schon. Ja, wir glauben alle an den Koch. Äh. Beziehungsweise an den... Koch, der wahrscheinlich keiner ist. So, wo geht's hier hin? Das Ding ist dann doch größer als gedacht. Hm. Solange die Credits rollen, ist das Leben gut. Ja. Da stimme ich dir auch 100% zu. Du hast ja bestimmt nichts dagegen, wenn ich den Save knackere, oder? Ähm. Ähm. Ja. Rückgängig. Den hatten wir. Super. Ich nackle 15 Schlösser. Subi! Dann nehmen wir das mal. Uh. Credits. Credits sind immer gut. Vor allen Dingen, ähm, wenn man sein Schiff ausbauen will. Was verbirgst du? Und, ähm, ich hab halt schon damals festgestellt, wo wir, äh, erstmal vor grauer Uhrzeit, ähm, 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 ausprobiert haben. Also zumindest so, wie ich's aktuell ausbauen wollen würde, das, ähm, Schiff, oder unser Schiff, mein Schiff, ähm, reicht das Geld hinten und vorne nicht. Und deshalb, äh, guten Tag, du sitzt sehr interessant da, als ob du auf irgendwas warten würdest, auf den Onkel Doktor oder so. Hm. Bing. Mach die Glocke. Wo geht's hier hin? Worauf? Also, die sehen recht kampfbereit aus. Also, ich glaube wirklich, dass das so eigentlich eventuell, äh, nicht gedacht war, ähm, und dadurch, dass wir bei der Kimsenfleet sind, ähm, ja, glaube ich zumindest tatsächlich, dass das so ist, wie es ist. Experte. Ähm, 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 wir haben, glaube ich, würde ich das hier nehmen. Das mit den einen würde ich mir noch aufheben wollen. Genau, für solche Fälle. Super. Das ging dann doch besser, als erwartet. Äh, Kampfmesser. Wettungsangst. Hm, Lagercheckliste. Äh, die folgenden Gegenstände sind Eigentum des Sicherheitsteams und dürfen unter keinen Umständen ohne Genehmigung benutzt werden. Alle Gegenstände sind vor der Benutzung zu prüfen und bis zum Ende des Tages zurückzubringen. Sturmgewehr AA99x2, Combat, Hex, lala, UC-Kampfmesser, mal 5, meldet euch schnellstmöglich bei mir, falls irgendetwas davon verschwindet. Ähm, ich glaube, derjenige, welcher, wird da nichts mehr gegen haben, dass wir... Schön, dass du in der Fleet bist. Trotzdem hätte ich dich längst umgelegt. Ich glaube... Wir können dann mal wieder gehen. Immer auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Äh, erhöht die... Oh, sehr schön. Tragekapazität mehr ist immer gut. Gerade für so Loot-Goblins wie mich. Okay. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Nein, ich wollte eigentlich... Hier müssen wir zurück. Soll ich euch sagen? Ja, ich sehe, das ist da hoch. Nee. Nee. Ach, guck mal. Hier wollen wir nur noch. Ähm... Him-Space-Truck. Äh... Nee. Den nehmen wir noch mit. Miso-Suppe. Gut. Äh, ja. Wo ging es dir noch gleich, ähm, raus? Ähm... Äh... Kann mir mal jemand bitte den Weg zeigen? Ähm... Ich wäre... Sehr dankbar. Dafür. Also, so ein Exit-Schild wäre, glaube ich, ganz gut. Ähm... Hier, guck mal. Hier rum, glaube ich, ging es. Tatsächlich. Wir haben zwei Ressourcen. Können wir die uns irgendwie irgendwo... Ah, guck mal. H2O. Das wäre wahrscheinlich eines der Ressourcen. Und Kupfer. Was ist meine Serie? Ähm... Weiß ich nicht. Aber... Nimm doch, äh... Die Serie einfach auf. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, welche Serie das wäre. Eventuell. So, warte mal. Das machen wir gleich mal. Nein, nicht Fotogalerie. Fotomodus. Mal ein bisschen weiter zurück noch. Und... Fotografieren. Space. Einfach so, wie es ist. Verlassen. Sehr schön. Gut. Ähm... Die zweite Ressource... Wäre ich hier tatsächlich. Und damit hätten wir auch schon... Äh... Das Thema Analyse... Abgeschlossen. Außer, dass da noch was Unbekanntes auf uns wartet. Ähm... Wie viel Platz haben wir denn? Ich glaube, wir sollten... Mal eben... Ähm... Ich hoffe, ich habe auf unserem Schiff noch Platz. Das ist halt auch eines der Gründe, warum ich... Ähm... Gerne ein neues Schiff hätte. Ich brauche einfach mehr Platz. Und ich weiß, man könnte auch, ähm... Schnellreise zu dem Dingens machen, aber... Also zu unserem Schiff. Aber... Schüppel... Laufe das kleine Stück. So weit ist es ja nicht. Ist das, ähm... Ja, das ist tatsächlich das Unbekannte. Auch gar nicht so weit weg von unserem Landeplatz. Ähm... Ob das auch irgendwie... Von... Kein direkter Weg zu ersehen. Äh... Aber ich habe hier einen direkten Weg. Also... Weiß ich jetzt nicht so. So... Okay... Ja, das... Ich werde das definitiv... Äh... Einsteigen. Ich habe gehört, du beherrschst zwei Dutzend Sprachen. Tu ich das? Du bist stumme. Äh... Transfer. So. Ja, ich sehe schon. Ähm... Die Frontier ist... Ähm... Gut... Gefüllt. Da müssen wir bei Gelegenheit echt mal... Was gegen tun. Ähm... Aber... Um... Das so ein bisschen umzusetzen... Brauche ich auch... Ähm... Also gerade Ressourcen muss halt... Äh... Äh... Weg. Weil das halt teilweise relativ schwer ist. Allerdings muss ich dafür... Mal... Ähm... Ein wenig... Auch nur ein wenig... Äh... Meine Base ausbauen. Also... So ist die Hauptbase. Damit wir da ein bisschen Lagerkapazität haben. Um das Ganze hier zwischen zu lagern. Ähm... Inventar. So. So, dann haben wir das erst mal alles weg. Anzüge haben wir... So nix. Helme. Munition ist egal. Ähm... Ressourcen. Adoptiver Rahmen... Anti... Da, da, da. Gut. Jetzt wäre die Frage... Ähm... Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Das ist ja... Nicht... Nicht leichter als das. Okay. Dann gucken wir uns... Wie viel Platz haben wir jetzt wieder? 66... Okay. Viel Platz. Dann können wir ja mal uns... Äh... Das andere Gebäude da angucken. Auf ganz entspannte Basis. Gut. Weil ich meine... So ein... Bauwerk... Äh... Habe ich jetzt... Äh... Noch... Äh... Nicht gesehen. Von daher... Auf ganz entspannte... Ich bin jetzt schon mal... Ich bin jetzt ja... Ahora... ... Nich...